hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von eurer gameplayerin ja in der letzten folge konnte ich mich ja nicht so richtig entscheiden aber aufgrund meines levels würde ich sagen machen wir dann erst mal mit dem letzten teil weiter also sprich mit catwills gold wenn man so möchte und danach mache ich dann erst die krieger gilde ich hoffe dass ich sie dann komplett durchmachen kann also dass ich dann alle quests hintereinander durchspielen kann und auch genauso von der magier gilde die quests hintereinander durchspielen kann dass die dann so an einer reihe sind ja was sie wir haben heute so einiges vor und im hintergrund ist die ganze zeit schon eine am reden und mit der müssen wir jetzt auch reden die welke blume blüht wieder schön euch in bester gesundheit wiederzusehen wie bin ich hierher gekommen wir haben euch im wasser treibend gefunden ich habe schon leichen gesehen in denen mehr leben steckte aber kapitän kalin ist trotzdem ins wasser gesprungen und hat euch ausgefischt sie hat mich also gerettet wer ist sie sie ist kapitän auf diesem schiff derzeit ist sie auf landgang um leute für unseren jüngsten auftrag anzuwerben vielleicht wollt ihr ihr einen besuch abstatten wo sie euch doch das leben gerettet hat das werde ich tun die welke blume blüht wieder schön euch in bester gesundheit wieder zu sehen wo bin ich hier genau ihr seid im bauch der speerspitze dem schiff von kapitän kalin wer seid ihr ich bin eines der wenigen mannschaftsmitglieder die kapitän kalin gegenüber loyal geblieben sind der rest nun je weniger wort man über diese blutrünstigen meuterer verliert desto besser ja dann würde ich sagen gehen wir mal raus ich guck gerade ne ich dachte da wäre noch ein buch aber dem ist wohl nicht so dann schauen wir mal wo sind wir jetzt da das heißt die gute insel kalin ist irgendwo vor mir links auf dem steg wenn ich mich richtig erinnere ich habe genug von dieser insel kalin ich sollte in betnik bei meinem volk sein okay schaut euch das an lambour unsere beinahe ertrunkene freundin ist wieder bei kräften ich war mir nicht sicher ob ihr durchkommt ihr habt mich gerettet eigentlich habe ich euch nur aus dem wasser gefischt meister kasan hat euch wieder zum atmen gebracht das wichtigste ist dass ihr noch lebt aber wenn ihr euren dank beweisen wollt dann könnte ich etwas hilfe gebrauchen hilfe wobei einen auftrag alle die dabei sind werden reich ich brauche jetzt nur ein neues gesicht jemanden den der anführer und brutalste schlechter vor ort oberhaupt bosäck nicht kennt und nicht aufhalten wird es geht im grunde nur darum dass ihr die leute anwerbt die ich brauche dann bekommt ihr auch einen anteil habt ihr interesse also ehrlich gesagt ich habe da jetzt noch nie anders entschieden ich denke mal wenn man nein danke anklickt dann ja muss man das nicht machen bekommt aber auch kein gold dafür und wenn ich jetzt zustimme so wie ich das halt sonst auch immer gemacht habe dann mache ich halt nur mal diese quest durch und kriegt dann auch dementsprechend ja gold halt oder einen anteil wie sie es nennt nun gut ich werde euch helfen die drei leute die ich brauche sind lerisa die gerissene jakan und neramu alle drei oder auch nur einer von ihnen würden mir reichen erzählt mir von jakan er ist ein dieb aber nicht irgendeiner sondern der beste den es gibt er wäre eine große hilfe bei dem beutezug den ich geplant habe das problem ist nur dass er bosäck bestohlen hat keiner bestiehlt bosäck also wurde er ins grab unter bosäcks palast geworfen ich werde nach jakan suchen wie komme ich an ihn heran es gibt einen eingang vom flussufer aus unterhalb des palasts achtet auf fallen und die anderen gefangenen da unten ist jeder ein mörder das ist der schlimmste abschaum der ganzen insel das ist das grab man kann jederzeit wieder gehen sofern man es lebend dort raus schafft wer hat das sagen auf stross im kai bosek der blutige oder oberhaupt bosek wie er sich heutzutage nennt er hat vor jahren den palast übernommen er hat den alten herrscher einfach umgebracht und seinen platz eingenommen stellt sich ihm irgendwer entgegen kapitän helane aber sie ist noch schlimmer als bosek ihre seedrachen haben das sagen in heilighafen südlich von hier die größte mörderbande auf allen meeren bosek und helane dulden einander keiner von beiden ist bereit für einen krieg noch nicht wo kriege ich hier etwas zu trinken her die kreischende mehrjungfrau ist gleich die straße hoch und da gibt es immer guten rum haltet nur eure geldbörse gut fest sonst seid ihr am ende des tages bettel arm sollte ich auf irgendwen achten auf boseks schläger die blutfäuste kommt ihr einem in die quere kommt ihr allen in die quere und dann spießt bosek euren kopf schneller auf einen pfahl als ihr bitte spießt meinen kopf nicht auf einen pfahl sagen könnt und wenn ihr nach heilighafen kommt dann weiden euch die seedrachen aus wo ist der rest eurer mannschaft diese verräter sind desertiert wisst ihr an den galeonen der bretonen kann man sich ein vermögen verdienen die sache ist nur die das könig verharajat uns dazu aufgerufen hat die überfälle auf die bretonen einzustellen weil wir jetzt ja alle zum dolchsturz bündnis gehören als loyale rot war donen habe ich ihm natürlich gehorcht wer ist könig verharajat herrscher der rot war donen jetzt könig unter gleichen im dolchsturz bündnis könig fahrajat hätte uns die schiffe unserer feinde und nicht unsere verbündeten überfallen lassen darin liegt weisheit hat eure mannschaft widersprochen wenn eine andere meinung auch ein mordanschlag mit einschließt dann könnte man das wohl so ausdrücken ein haufen verdammter meuterer lambour ich und ein paar andere haben sie vom schiff gejagt aber es hat eben die runde gemacht niemand hier will mit einem kapitän in see stechen der keine bretonen überfallen will ich würde das gerne machen immerhin bin ich ja bretonen und in see stechen ist ja auch nicht unbedingt schlecht es ist unglaublich im herzen von tannsügel zu stehen nicht wahr man kann das flüstern der ahnen hören schön schön wenn es gute ahnen sind natürlich nur wenn es böse ahnen sind ist das nicht ganz so schön wir holen uns mal eben schnell die himmelsscherbe die mich hier schon die ganze zeit anlächelt und dann bin ich jetzt gerade am gucken das grab ist meines wissens nach hier durch ja genau dann müssen wir hier rein was war das denn ich bin doch nur reingegangen ich bin hier nicht reingeplumpst na gut äh basti basti du blöder hund wo bist du denn jetzt schon wieder sag mal ist der denn hier zu heiß oder was so moment wir müssen erstmal geradeaus weil der ist ja jetzt nicht dadurch gestorben dass ich jetzt die die scherbe geholt habe oder durch die tür bin oder so ne das ist schon irgendwie seltsam jetzt gewesen so ich hätte ich gerne noch so hallöchen hier kommt die befreiungstrumpel wir brauchen den dummen Mistkerl oh ich hab schon wieder ne Spur erhalten ähm ach der ist gar nicht hier der ist unter mir jetzt bin ich gerade am überlegen ich muss hier glaube ich einmal rum und dann da runter wenn ich das richtig sehe ja okay das war kurz verknappt würde ich sagen da liegen noch Messer die könnten wir natürlich auch mitnehmen dann was wäre der denn jetzt hier hallo so dann ja ich helfe dir gerne normalerweise laufe ich ja immer durch ich bin ja immer so gemein aber hier kann man gar nichts nehmen oder was okay aber es ist halt nur ein drachenrötter ja ich bin auch erschüttert irgendwo hier ist er kann man hier wenigstens was muten ja hier kann man was muten sehr schön hier auch dann nehmen wir noch alles mit so jakhan wenn ich dich anvisieren könnte Kapitän Kalin hat mich geschickt sie braucht eure Hilfe bei einem Beutezug nun das ist perfekt holt mich hier heraus und ich stehe zu euren Diensten ihr werdet feststellen dass ich ein Mann mit vielen Talenten bin so wie der aussieht glaube ich das gern wenn ich einen hübschen Kerl in einer Zelle vorfände würde ich ihn befreien echt schwul ist er auch noch nein nur Spaß am Rande habt ihr Oberhaupt Bosek wirklich einen Edelstein gestohlen ist das gerade wirklich so wichtig sicher ich habe diesen Edelstein mitgehen lassen aber er hatte ihn doch vorher so einem armen Händler abgenommen den er anschließend zum krepieren hier reingeschmissen hat man kann doch ein Dieb nicht bestehlen oder also ich kenne da einige berühmte Persönlichkeiten die würden da das Gegenteil sagen ähm nun gut ich hole euch hier heraus was muss ich machen ähm Moment halt stopp da stand grad was mit Zellentür da na komm vielleicht findest du noch ein gut aussehenden Kerl den du befreien könnt so nur danke verlasst das Grab na super helfen wir dem mal ich weiß nicht warum der hier so steht und sich schlagen lässt ähm gut dann gehen wir wieder nach oben mach das dann doch mal ein bisschen weiter weg weil sonst seh ich die genau sonst seh ich die Pfeilen nämlich nicht mehr ja mach schon hat der mich grad beworfen? hallo? geht's noch? so ach ne halt von da sind wir nicht gekommen von hier sind wir gekommen ja uuhu ich hatte grad echt gedacht oh da ist mich das noch erwischt doch dann können wir nicht gehen warum nicht? ja ne ne da stand nur ne Frau da stand keine Wachen na gut machen wir das was er sagt und gehen mal zum Seiteneingang Ausgang wie auch immer so das ist hier oder? ich stehe die ganze Zeit bei der Falle Moment ah können wir auch direkt hier mal ein bisschen noch einsammeln tut mir leid aber wie gesagt wenn ihr ESO Plus habt solltet ihr immer alles einsammeln was ihr könnt danke dass ihr mich da vorhin rausgeholt habt wo ihr doch gerade in heldenhafter Stimmung seid könntet ihr mir dabei helfen etwas zu holen was ich bei den Goblins vergessen habe ihr habt etwas bei den Goblins gelassen? ich schätze wenn man etwas sicher aufbewahren will dann gibt man es Goblins sie passen umsonst darauf auf sie sind zu dumm um es einzutauschen und sie werden jeden töten der versucht es an sich zu nehmen werden sie euch nicht töten wenn ihr versucht es ihnen wieder wegzunehmen? es ist doch so ihr habt eine Menge auf euch genommen um mich zu befreien richtig? ihr würdet nie zulassen dass mich die Goblins fressen und deshalb meine gute Freundin werdet ihr mir in ihre Mine folgen ja? ich sag's mal so mir wäre das ja persönlich total egal ne? aber da das ja unser Auftrag ist ja ihm da ja zu rekrutieren sozusagen aber wir laufen mal eben ach da sind schon die Goblins wir laufen mal eben hier rüber wo ist das denn? Flingsilbererz das ist so eine blöde Zwischenstufe dass ich da von sich ja gar nichts habe ähm wir laufen jetzt mal eben jetzt hat der mir irgendwas erzählt hier von den Treppen und ich konnte hier nichts mitkriegen ich weiß nicht warum ich jetzt vom Pferd runter gegangen bin keine Ahnung aber wir laufen mal eben zum Weg schreien das wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen und oh mein schau wo komm ich denn dazu rum hier rum guten Tag macht ihr das mal? ich hab grad keine Zeit sie bewahren alles im oberen Bereich auf das heißt dann dass wir nach oben gehen? oder? nehme ich mal an auch wenn ich nicht weiß wo es hoch geht ähm was ist hier? ne warte ah Moment doch 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 Moment da sollen wir glaube ich hin nicht schlapp machen mach ich nicht ich lauf nur eben durch hallo? Basti ernsthaft du bist da um den abzulenken und da war ja nur einer komm kümmere dich um den dann kümmere hier durch so hoffentlich zählt ihr nicht mit warum? dann hättest du doch die Nase vorne ich hab da sowieso keinen großartig angegriffen weil es für mich einfacher ist einfach durchzulaufen bis zu dem Punkt natürlich also wenn ihr Sachen sammeln müsst ist es natürlich nicht einfacher muss man auch dazu sagen na komm schon was bist du denn jetzt wieder von Feichling? so komm wir können reden los jetzt erst äh wovon sprecht ihr? auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Durchgang folgt ihm und trefft mich draußen wenn etwas schief läuft treffen wir uns im Gasthaus in der Stadt wieder ok das heißt wohl so viel wie wenn etwas schief läuft dann rennt er weg ähm war die jetzt oben oder unten? da ich hier irgendwas machen musste mach ich dich mal mit platt ne sie war aber unten ich meine eigentlich er wäre über mir gewesen aber die nehmen wir natürlich auch mit zack was war das denn? finde Jakan Moment ich muss denen erstmal ihr Essen wegnehmen und dann kann ich ihn finden so da sind wir nicht hergekommen das tun wir nachher bis zur Tür folgt das war einfach doch da sind wir doch hergekommen die habe ich mich eben liegen lassen glaube ich ich weiß es nicht auf jeden Fall stand da auch so Säcke also sind wir nicht hierher gekommen egal ähm wo ist er denn? Moment da die Seite ist nicht so eine gute Idee da jetzt runter zu springen hier rüber ich muss euch etwas fragen warum? was habt ihr da in der Mine gemacht? und habt ihr da drin vielleicht einen dreckigen Bretonen gesehen? wie lautet sein Name? Jakan er ist ein Lügner und ein Dieb er hat Oberhaupt Busek einen Rubin gestohlen nun wenn der Rubin wieder auftauchen würde lässt Busek ihn vielleicht leben könnt ihr mir helfen oder nicht? ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was passiert wenn man lügt weil das habe ich lange nicht mehr gemacht aber ähm ich meine dass die trotzdem nochmal wiederkommt und uns beide dann erwischt ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher wenn ihr die Variante genommen habt könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben weil das ist schon doch etwas länger her dass ich das mal ausgewählt habe ich würde sagen äh nun ich habe da diesen Rubin gefunden ich wusste dass ihr klug seid klüger als Jakan ihr habt ihm gerade das Leben gerettet wenn ihr ihn das nächste Mal seht dann sagt ihm dass er die Insel verlassen und nie mehr zurückkehren soll das werde ich tun so wir müssen immer in die Richtung reiten wenn jetzt nicht gerade Rubin ein Erz hier aufgetaucht wäre schön dass du schon auf dem Pferd sitzt ich bin doch noch gar nicht so weit ähm ich glaube hier kommt man rum 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 auf jeden Fall muss ich von dieser Seite aus gleich mal rüberspringen heldenhaft sprang sie ihnen tot war von dem von da aus nie wieder gesehen ähm ich weiß von da an aber wir halten uns jetzt nicht mit Kleinigkeiten auf so Moment ich muss aber jetzt nicht wieder zu ihr zurück sondern ich muss ins Gasthaus dieser Hundesohn bitte was? wenn ihr diesen Mistkerl Jakan sucht der ist mit einem Rotwardonen Mädchen in der Taverne was ist geschehen? ich habe gehört wie er einem Rotwardonen Mädchen erzählt hat er wäre Schiffskapitän und würde sie nach Schildwacht mitnehmen sie ist natürlich dahin geschmolzen genau wie ich damals würde ich das Oberhaupt nicht noch mehr hassen als ihn würde ich sein Versteck verraten ich muss von dieser Insel herunter dann äh viel Glück dabei und äh vielleicht können wir ihm ja noch was dazu sagen so da ist er schön zu sehen dass ihr da rausgekommen seid ich bin Morg 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 Ja, und wir haben ein einhändiges Schwert von Rüstung des Auszubildenden erhalten. Was, 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 was? Äh, nicht wirklich, aber danke für das Angebot. Und ich finde euch nie. Ihr seid ja nie lange an einem Ort. Nicht wirklich, ich bereise ganz tamriel. Ich mach gerade Catbills Gold. Kann ich euch behilflich sein? Ich bin Nicolene. Ich arbeite für Kapitän Carlin. Sie hat mich losgeschickt, um euch zu finden und zu fragen, ob ihr Glück bei der Rekrutierung für unseren Beutezug hattet. Sieht so aus, als hättet ihr schon neue Freunde gefunden. Das könnte man so sagen. Dann hört mal zu, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir haben ein Versteck bei den Docks eingerichtet. Kommt dorthin, sobald ihr fertig mit dem Rekrutieren seid. Sucht nach Lambur, draußen vor der Tür. Ich komme zu euch, sobald ich fertig bin. Äh, bereit bin, von hier aufzubrechen. Es gibt drei Leute, die Kapitän Carlin gerne bei ihrem Beutezug dabei hätte. Lerissa, die Gerissene, Jakarn und Neramo. Sie hat mir von ihnen erzählt. Über wen wollt ihr mehr wissen? Wo ist Lerissa, die Gerissene? Sie ist in Heilighafen. Die Seedrachen haben ihr Schiff auf die Felsen gelockt. Diese Bastarde wissen wirklich, wie sie einem den Tag verderben können. Es liegt südlich von Hundingshafen. Sucht nach dem großen Leuchtturm. Erzählt mir von Neramo. Er ist ein brillanter Dwemer-Gelehrter. Also nicht, dass er selbst ein Dwemer wäre, aber er studiert sie. Er ist draußen bei Bizarg und buddelt dort in den Ruinen herum. Das ist eine Wissenschaft für sich, diese ganzen Wörter aussprechen zu können, oder? Ja, gut. Ich gehe mal hier raus, wobei ich glaube, draußen ist es auch nicht viel heller gewesen jetzt momentan. Nee, es ist immer noch recht dunkel. Was ich sehr schade finde, weil wir haben halt jetzt aktuell Mittag, beziehungsweise Nachmittag und es ist noch sehr hell draußen und keine Ahnung, warum immer dann, wenn es draußen sonnig ist oder hell ist, in Teso die Finsterheit ausgebrochen ist. Ich weiß es nicht. Das ist ein ähnliches Prinzip wie mit Disney, habe ich so das Problem, äh, das Gefühl. Ja, also, wir werden dann hier erstmal einen kleinen Cut machen und werden dann in der nächsten Folge wahrscheinlich nach dieser, wie hieß sie jetzt, Larisa oder wie sie hieß, Ausschau halten. Es sei denn, die andere Quest ist näher. Dann machen wir erst die andere Quest und gehen dann zu ihr hin. Da muss ich dann mal schauen, wo die Bereiche auf der Karte genau zu finden sind. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und den Rest gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Bis dann. Vielen Dank.